In dieser Klasse lernen wir, wie man die Funktion 2D to 3D von SOLIDWORKS verwendet. Sehr wichtig, wenn man mit 2D-Geometrien arbeitet, die aus anderen CAD-Software importiert werden, zum Beispiel aus AutoCAD. Lasst uns in den Unterricht gehen. Siehe, ich habe eine 2D-Detail-Datei. Dann werde ich in DWG sparen, gucken. Die Datei, die ich gespeichert habe, können Sie herunterladen, um die Lektion weiter zu folgen. Je nach Fall haben Sie nur die DWG-Datei zum Arbeiten. Sie werden nicht die Visualisierung und Manipulation derselben 3D-Datei haben. SOLIDWORKS können wir jedoch konvertieren, also lassen Sie uns die DWG-Datei öffnen. Das Importfenster öffnet sich, lassen Sie einfach die Option in ein neues Teil als 2D-Skizze importieren aktiviert und weiter. Im nächsten Fenster können wir die Maßeinheit auswählen, die wir importieren möchten, ob mit geometrischen und dimensionalen Randbedingungen oder nicht und welche leer erforderlich sind. Wir können einige Ebenen deaktivieren und die Vorschau überprüfen oder alle Ebenen importieren und später löschen. Wir klicken auf Weiter und in diesem anderen Fenster können wir den Ursprungspunkt der Skizze und einige weitere Optionen definieren. Dies interessiert uns jedoch nicht. Wir können die Nachricht vervollständigen und bestätigen. Sehen Sie, dass das Blatt im Skizzenformat geöffnet ist und dass die Werkzeugleiste 2D zu 3D angezeigt wird. Wenn wir einen 2D-Geometrie-Import in eine neue Teile-Datei durchführen, stellt SOLIDWORKS diese Symbolleiste automatisch zur Verfügung, um uns bei der Umwandlung dieser Datei in eine Volumenvorlage zu unterstützen. Lassen Sie uns zunächst die unerwünschten Kanten entfernen, verfolgen. Beachten Sie in der Symbolleiste, dass zwischen den Ansichten nur die Vorderseite aktiv ist, weil es darauf basiert, dass wir die anderen definieren. Wir wählen alle Kanten dieser Ansicht aus und aktivieren die Option zur Vorderskizze hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass die Elemente in dieser Ansicht die Farbe ändern und sie in einer neuen Skizze positioniert werden, die automatisch erstellt wird. Wählen wir diese andere Ansicht aus und stellen Sie sie auf Rechtsansicht. Stellen Sie sicher, dass Ihre Positionierung automatisch angepasst wird. Diese letzte Ansicht werden wir nicht verwenden, also löschen Sie sie einfach. Wir löschen auch diese Mittellinien, die mit der Ansicht importiert werden, sodass wir keine Schwierigkeiten haben, wenn wir die Skizzen Extrude errennen. Wir bestätigen die Skizze und wählen den Mittelpunkt der Ansicht und aktivieren das Werkzeug Skizze ausrichten, um die Position des ersten Blicks zu bestimmen. In der rechten Ansicht haben wir keinen Mittelpunkt, deshalb bearbeiten wir den Umriss der rechten Ansicht, dann erstellen wir eine Mittellinie, fügen den Punkt hinzu und bestätigen. Wir lassen den Punkt ausgewählt und aktivieren die Ausrichtungsoption erneut. Nun, mit diesen beiden Skizzen, lassen Sie uns das Volumenmodell bilden. Wir klicken auf die Skizze, aktivieren das Feature in Extrusion konvertieren und wählen die angezeigte Kontur aus. Wir bestimmen die Größe der Extrusion entsprechend der anderen Ansicht. So ändern wir die Bedingung in Vertex und auch in die zweite Richtung. Wir wählen einen Scheitelpunkt der Ansicht und die Größe wird automatisch festgelegt. Wir bestätigen, und wir haben das solide. Wir extrudieren die anderen Teile wie gezeigt. Denken Sie daran, die Skizze korrekt zu lesen, wenn Sie auf die Eckpunkte klicken. Nach der Konvertierung können Sie noch mit der Bearbeitung des Modells fortfahren. In diesem Fall gelten nur zwei Strahlen von 5 mm. Es ist sehr interessant, diese Funktion zu nutzen. Sie können schnell und bequem mit anderen 2D-Software interagieren, um Agilität bei der Entwicklung Ihrer Produkte zu gewinnen. Wir haben in dieser Klasse die Verwendung des 2D-3D-Features von SolidWorks gesehen. Trainieren Sie Ihr Wissen, indem Sie es auf andere Modelle anwenden. Anwenden Sie Ihr Wissen, indem Sie die Verwendung des Modells fortfahren.